Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf Rekord hier mit mir den Chris und ihr seht es, halb zwei nachts, ich spiele Mario Kart, was wollen wir denn auch sonst ne? Ja, ähm, Aaron hat mich soeben angeschrieben und meinte, hey musst du nicht noch aufnehmen? Ich so, oh fuck alter ne, es ist halb zwei nachts und ich nehme jetzt noch Mario Kart mit euch auf und ich bin so fertig, ihr seht es wahrscheinlich auch, es ist zwar schon ziemlich dunkel in meinem Zimmer, aber ja, ich hab vor mit euch Mario Kart zu spielen, eigentlich wollte ich auch Super Mario Maker wieder spielen, es sei denn, äh, ihr würdet mir wieder Level einschicken, weil ich hab keine mehr, also falls ihr noch Super Mario Maker Level habt, könnt ihr mir die gerne schicken, aber solange das noch nicht der Fall ist, werde ich jetzt, ähm, erstmal ein bisschen Mario Kart spielen, es könnt, ihr könnt mich auch ruhig ändern, also, meinetwegen können wir auch ein bisschen zusammenspielen, dann können wir mal eine Runde fahren zusammen und ja, ich werde jetzt einfach mal starten, ich fahre regional, ähm, hab noch nicht wirklich so viel gespielt in dem Spiel, hab erst 1736 Punkte, das ist wirklich sehr wenig, ja, ich hab hier auch alle Charaktere, weil ich mir das DLC gekauft habe, das ist eigentlich ganz cool, hier mit Link und so und Zeugs und ja, die Frage ist nur, wen nehmen wir jetzt, ich glaube ich nehme mich selber als Mii, das ist, glaube ich, immer am besten, ähm, wie gesagt, halb zwei nachts, äh, ich bin übel schlecht in dem Spiel. So Leute, da sind wir ingame und ich glaube, der mit diesen 89.000 Punkten ist ein Hacker, der ist eben, äh, in dem Rennen einfach die ganze Zeit rückwärts gefahren, ich hatte ja eben zugesehen, der ist einfach die ganze Zeit rückwärts gefahren, Alter, was ist mit dem falsch? Okay, mal gucken, wir fahren hier den Babypark, das ist die langweiligste Strecke, die es gibt eigentlich, ähm, ey, das ist einfach die benutze Strecke, die es gibt, Alter. Aber wir sind immer noch, äh, auf Platz 6 hier, das ist gar nicht so schlecht, aber wir werden ja sieben Runden gefahren, weil die Strecke so kurz ist. Boah, ey, ich bin so heftig müde, ne, ich kann das eigentlich gerade gar nicht spielen. Boah, ey, was geht hier ab? Ich hab überhaupt keine Reaktion auf irgendwas hier. Da kommt schon die ersten Roten, aber... Ey, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache und ich krieg nur Scheiße. Ja, jetzt sehe ich nicht mal was, aber ich sehe eh nichts mehr, weil ich müde bin. Ja, okay, läuft, läuft bei euch. Jetzt gehen wir einen Stern. Ey, ey, das ist schon wieder so eine Gruppe, wo ich mir denke, Alter, habt ihr keine anderen Hobbys? Ich spiele jetzt hier gerade auch nur, weil ich noch aufnehmen muss, was ich vergessen habe. Oh, ich hab ein Blitz. Bam! Schön, keine Items für euch. War kein Problem. Und noch ein Stern hinterher. Das ist gut. Wir sind jetzt auf Platz 3. Wenn noch irgendwas geiles, wäre jetzt gut. Oh, drei Pilze auch noch hinterher. Und ich ging in die Wand. Danke, Alter, ganz knapp. Nochmal drei Pilze. Oh, oh. Dritter. Okay, nice. Von Platz 8 noch auf Platz 3. Nicht schlecht. Aber ich werde, der Cheater ist auf Platz 1 oder 2. Ja, war klar. Ey, als ob... Der Heck doch. Der ist eben die erste Rückwärts gefahren. Das ist doch nicht normal. Aber jetzt sind wir Dritter. Dafür, dass wir erst 1700 Punkte haben. So, willkommen zum zweiten Rennen. Varios Goldmine von der Wii. Von Mario Kart Wii. Und da vorne seht ihr den Hacker mit diesem Jet. Ey, mal gucken was... Ey, der fährt schon so richtig komisch, Alter. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel auch Hacks gibt. Also Mario Kart Wii gab es auf jeden Fall ordentlich Hacks. Da habe ich sogar meine Zeit lang mitgemacht. Das war so richtig lustig. Das war einfach so richtig lustig. Ja, ich bin so langsam, Alter. Was ist das hier für CCM 100? Ist das 100 CCM oder so? Übelst langsam. Und dann kriegt man eine Münze auf Platz 6. Alles klar. Oh, fuck. Okay, man kann nicht unterfallen. Ich dachte, ich falle jetzt runter. Prey ist es gerade übelst dunkel. Ja, ihr seht mich wahrscheinlich gerade gar nicht. Aber was soll ich um halb zwei nachts machen? Mit Licht ist es zu hell. Und ohne Licht ist es zu dunkel, also... Boah, ey, da ist schon wieder dieser Hacker. Hä? Wie kann der so schnell fahren? Leute, guckt euch das an! Hä? Wieso ist der so schnell? What the fuck? Als ob. Ja, okay. Das sieht man schon wieder, dass der richtig hackt. Wie kann der so schnell sein? Der leckt da auch übelst rum. Ich stelle mir einfach mal ab. Vielleicht wird er getroffen. Ja, klar. Die rote fährt natürlich genau gegen diesen scheiß Wagen. Alles klar. Äh. Aber wir sind auf jeden Fall zweiter hinter dem Hacker. Was Besseres kann ich auch, glaube ich, nicht erreichen. So. Naja, da komme ich niemals dran. Außer es kommt ein blauer Kurzverschluss. Denn vielleicht. Ja, ey, was... Was soll... Wohl, wie viel Münzen da liegen. Ach, ich hab... Hä? Wo kommt der? Hä? Wo kommt der auch immer so schnell her? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Dann kriege ich wieder nur eine rote. Und die rote wird wahrscheinlich wieder gegen das Ding fliegen, weil... Weiß ich's kann. Komm, wir sind einfach ab. Nix getroffen, aber wir sind auf jeden Fall zweiter. Auf Platz 2! Ein Goldpilz! Als ob! Bringt uns trotzdem nichts. Der Hacker ist schon keine Ahnung wie lange im Ziel. Scheiß drauf! Auf Platz 2 in Goldpilz! Was war jetzt, lieber was, Alter? Heftig. Ja. Wir sind jetzt ein zweiter... Das läuft auf jeden Fall. Ich will gucken, wie viele Punkte wir bekommen. 22, das geht ja nicht. Wir holen den Hacker auf jeden Fall ein. Ja, das ist schon mal klar, ne? So, da sind wir beim dritten und letzten Rennen heute... Also für heute. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Strecke ist. Das ist irgendeine von F-Zero. Also eine von den Highspeed-Strecken. Das macht leider nicht immer Spaß, die zu fahren. Und die Musik. Das ist eine von diesen Highspeed-Strecken. Was macht übelst Spaß? Ey, das war ja gerade... Oh ja, ey, jetzt bin ich komplett gefickt. Das war's mit dem Rennen. Alter! Keine Chance mehr. Okay, wir kämpfen uns auf jeden Fall wieder nach vorne. Aber ich kenn die Strecken überhaupt nicht mehr. Boah, ey, heftig. Boah, ey. Keine Ahnung mehr von den Strecken. Komm, gib mir was Geiles. Nice. Ach, das ist mit dem Wasser hier. Das ist übelst geil. Oh, natürlich genau da ist denn so eine Bombe, Mann. Holy Shit, Alter. High-Strecke ist auf jeden Fall mega gut gemacht. Das muss man ja mal sagen. Aber so wirklich hier rumkommen, kommt man nicht. Ja, und dann kommt wieder so ein Wichser. Ja, okay, das Rennen ist... Ja, und dann genau dann... Genau dann kommt Blitz, Alter. Das Rennen ist gelaufen. Keine Chance mehr irgendwas zu machen. Keine Chance, Leute. Da haben wir echt verkackt. Äh... Die anderen Rennen liefen ja ganz gut, aber... Das sieht sehr schlecht aus. Aber ich muss hier auch wieder erstmal an die Strecken alle gewöhnen. Das ist Ewigkeit mehr, dass ich das gespielt habe. Boah, ein Wittling immer nur das Ding, was auf der Strecke einfach so 0 bringt. Okay, einfach nur die Tasten spam, oder vorne ist ja eh schon das Ziel. Und ein nächster Blitz, ja... Ey, wäre der Blitz nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen überholt. Komm, 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 siebter winzend, yeah. Okay, siebter. Oh, das wäre ärgerlich, dass wir genau in dieser Röhre da runtergeblitzt wurden. Wir kriegen zwar trotzdem noch Pluspunkte. Aber naja, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem ersten Part Mario Kart. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, Leute.